Neuer Tag, neuer Spaß. Herzlich willkommen am Kanal. Ich bin hier schon sehr gut unterwegs. Mir macht es hier verdammt viel Spaß, hier wieder Videoaufnahmen zu machen. Für dich, für euch, für die ganze YouTube-Community und die ganze Welt, wie man das alles guckt. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, hier mal wieder alles zu sehen. Heute gibt es einiges zu sehen. Der Wasserfall, der ist eingefroren. So etwas müsst ihr euch mal angucken. Das habt ihr noch nicht gesehen. Also ich habe es so noch nie gesehen. Absolut sehenswert. Für mich geht es jetzt hier der Weg rüber. Mal gucken, wo wir da noch rumkommen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 沒有 Check of zeroilee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier gibt es jetzt erstmal für mich eine schöne Tasse Kaffee an diesem schönen Ort mit diesem Blick hier runter im Hintergrund Sehr schön, hier war ich im Sommer mal, habe hier alles gefilmt, also sehr sehenswertes Video finde ich auf jeden Fall Würde ich mal verlinken hier, sehr geiles Tal, sehr sehenswert, sehr viel Geschichte dahinter, sollte man sich reinziehen und anschauen Jetzt gibt es erstmal hier eine Tasse Kaffee zum Aufwärmen, man merkt schon die Temperaturen sind arschkalt, aber es macht Spaß, minus 10 Grad komme ich super mit klar, gefällt mir sehr gut Was mir gefällt, gefällt den Akkus nicht, ich habe hier wieder so ein Wärmepad dabei, aber trotzdem sind die Akkus sehr am leiden, sind noch ziemlich alt schon, aber sie machen noch ihren Dienst Bei den Temperaturen ist, bei den Temperaturen ist das ja auch kein Wärmepad dabei, aber ein Wärmepad habe ich dabei und die Akkus laufen noch, wie die Kamera hier gerade an ist, bei diesen Temperaturen Winter 22 Es kann auch sein, dass man ein bisschen komisch redet, weil es ist ziemlich alles eingefroren Von daher kann es sein, dass man ein bisschen komisch vor der Kamera gerade in dem Video redet, es ist ziemlich eingefroren hier alles Müssen wir ein bisschen aufwärmen, die Backen, aber allgemein ist es mir ziemlich warm, die Jacke lasse ich aber an, aber trotzdem ist es mir ziemlich warm Man merkt aber beim Reden, dass man ein bisschen komisch redet, von daher nicht wundern in dem Video, es ist ziemlich kalt Kalte Winter, das gefällt mir, sehr gut Kalte Winter, das gefällt mir, sehr gut Kalte Winter.. ...Jörg´s движ things um Der Kaffee war gut und lecker. Jetzt treibt es mich noch mal zum Wasserfall. Es ist schon ziemlich dunkel und spät, aber ich gehe da jetzt eh vorbei, weil das Auto hier oben am Kloster steht. Von daher gehe ich noch mal zum Wasserfall. Mal gucken, was da noch abgeht. Bis zum nächsten Mal.